Die Linien U6, U7, U14, U29, 40, 42, und 44, bitte umsteigen. An dieser Haltestelle besteht wieder Anschluss zu den Stadtbahnlinien. Wir bitten um Verständnis für die Baumaßnahmen, bedanken uns für Ihre Geduld und wünschen eine angenehme Weiterreise. Ihre SSB, bitte aussteigen. Diese Fahrt endet hier. Schlossplatz. Dieser Bus fährt nach einem kurzen Zwischenhalt weiter in Richtung Hauptbahnhof. Charlottenplatz. Zu den Linien U1, U4, U9, U14, 42, 43, und 44, bitte umsteigen. Zur Weiterfahrt in Richtung Ruhbank und Ostfildern-Nellingen. Bitte hier zur Linie 42 umsteigen. An der Haltestelle Eugensplatz besteht Anschluss zur Linie U7. Dieser Bus fährt in Richtung Bobser. Olgaeck. Zu den Linien 42 und 43, bitte umsteigen. Dieser Bus fährt in Richtung Bobser. Dobelstraße. Bobser, zu den Linien U6 und U12, bitte umsteigen. An dieser Haltestelle besteht wieder Anschluss zu den Stadtbahnlinien. Wir bitten um Verständnis für die Baumaßnahmen, bedanken uns für Ihre Geduld und wünschen eine angenehme Weiterreise. Ihre SSB. Dieser Bus fährt zurück zum Hauptbahnhof. Untertitelung des ZDF